Hallo und herzlich Willkommen bei Optionsstrategien.TV. Heute geht es um das Thema Iron Condor. Ein Iron Condor, also ein eiserner Kragen, könnte man sagen, oder ein eiserner Kanal. Es geht also nicht um den Condor, um den Adler, wie es manchmal falsch übersetzt wird, sondern es geht darum, einen Kanal, der nicht durchbrochen werden kann, zu bilden. Was ist ein Iron Condor? Wir haben hier in der Strategieserie Iron Condors im Grunde genommen schon einmal behandelt, nämlich bei vertikalen Spreads. Wenn wir uns erinnern, vertikale Spreads, was war das jetzt gleich? Wir haben hier die Wertentwicklung oder eine Aktie, ein ETF, ein Future, was auch immer. Jetzt kann man sagen, ich erwarte steigende Preise, verkaufe einen Put und kaufe zur Absicherung noch einen Put dazu. Und wenn man eher fallende Preise erwartet, könnte man sagen, ich verkaufe einen Call und kaufe zur Absicherung einen Call dazu. Und wenn man jetzt diese beiden vertikalen Spreads miteinander kombiniert, hat man schon einen Iron Condor. Also, wie gesagt, relativ einfach, einen Bull Put Spread, einen Bear Call Spread und schon hat man einen Iron Condor. Wenn man sich das P&L Diagramm anschauen würde, dann sieht das Ganze also so aus, dass wir sagen, okay, wir haben hier die Nulllinie, hier oben ist Gewinn, hier unten ist Verlust und hier ist der entsprechende Preis des Underlayings. Und dann sieht ein Iron Condor eben so aus, dass man zwischen dem hier am Short Put und am Short Call, das sind also quasi die Eckpunkte, an denen wird Geld verdient. Und durch die Absicherung ist man dann aber unten an einem bestimmten Punkt safe. Das heißt also, mehr kann nicht passieren, weil wenn es hier nach unten geht oder auch wenn es hier nach oben gehen würde, das Ganze würde durchlaufen, dann wäre man eben an einem Punkt abgesichert. Vorteil ist natürlich, man hat ja auf beiden Seiten eine Prämieneinnahme. Man muss noch einmal Margin bezahlen und erhöht natürlich dadurch auch die insgesamte Prämie, die man hier einnehmen kann. Deswegen eignen sich Iron Condors zum Beispiel sehr gut für all diejenigen, die sagen, Short Strang ist, sind mir etwas zu riskant. Durch die Nicht-Abgesichertheit ja auf jeder Seite, so hat man also eine Absicherung auf jeden Fall noch mit dabei. Jetzt kann man Iron Condors ganz verschieden konstruieren. Also es gibt so Dinge wie Low Probability Condors, High Probability Condors und das hat natürlich was damit zu tun, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich am Ende Geld verdiene. Aber man muss natürlich dann in Bezug setzen, wie groß ist auch die Prämie, die ich verdiene. Also wenn wir jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel machen, wenn wir jetzt sagen, okay, das wäre jetzt hier ein Anderlein und hier eine andere Farbe dazu und wir sagen, dieses Anderlein würde jetzt hier irgendwie 100 Dollar kosten. Und jetzt würden wir sagen, der erste Iron Condor, den setzen wir auf, indem wir sagen, wir verkaufen einen 120er Call und kaufen einen 130er Call und umgekehrt unten auf der gleichen Seite sagen wir, wir verkaufen einen 80er Put und kaufen einen 70er Put dazu. Dann wäre das eben ganz normaler Iron Condor. So, wenn wir jetzt hergehen würden und würden sagen, okay, wie könnten wir denn einen sogenannten High Probability Konto daraus machen? Also einen, der eine extrem hohe Wahrscheinlichkeit hat, dass er zum Gewinner wird, dann könnten wir das machen, indem wir viel weiter weg gehen. Also beispielsweise sagen, ich verkaufe hier einen 140er Call und kaufe dann einen 150er und ich verkaufe eben auf der Unterseite einen 60er Put und kaufe dann einen 50er dazu. Das würde natürlich dazu führen, wenn wir hier, wenn wir das uns mal darstellen, das wäre von mir aus der erste jetzt hier, der sieht so aus, dann würde eben der zweite so hier aussehen. Also der wäre natürlich dann viel flacher. So, aber die Grenzen, in denen Geld verdient wird, wäre natürlich viel, viel weiter. Also wenn wir hier sagen, bei dem ersten wäre das eben 80 und 120, dann ist das eben hier bei dem zweiten 140 und 60. So, aber die Prämieeinnahme ist natürlich viel, viel geringer als bei dem ersten. Man kann natürlich mit diesen ganzen Iron Condors eine ganze Menge rumspielen, man kann viele verschiedene Dinge machen. So kann man zum Beispiel sagen, das macht oftmals sehr viel Sinn, dass man sagt, okay, wenn ich etwas mehr Prämie haben möchte, kann man hierher gehen und sagen, ich verkaufe zwei Iron Condors. Das sind natürlich auch gleich die doppelten Gebühren und man darf nicht vergessen, Iron Condor, 1, 2, 3, 4 Optionen, das heißt viermal Gebühren. Und manchmal lohnt es sich dann auch zu sagen, ich verkaufe nicht zwei Iron Condors, sondern ich erhöhe einfach hier den Abstand zwischen diesen beiden Optionen. Das heißt also, immer noch eine dritte Farbe, da wird es dann auch, sagen wir hier irgendwo blau, also ich bin wieder zurück. Also wenn man jetzt zum Beispiel hier als drittes sagen würde, was weiß ich, man macht 120 zu 140 und hier unten eben 80 zu 60 als Beispiel. So, dann würde man eben hier die Prämien erhöhen, aber man würde natürlich auch das Risiko ein bisschen erhöhen. Das würde man für sich dann immer mal abschätzen, was dann das Beste ist, wie sich die ganzen Deltas entwickeln und die ganzen Griechen überhaupt in diesem ganzen Trade. Wichtig ist natürlich, wie profitiert so ein Iron Condor am besten? Natürlich immer von einer Seitwärtsbewegung der Märkte und wenn die Volatilität optimalerweise noch runter geht. Allerdings gibt es auch Strategien, wo beispielsweise Indexprodukte, also der S&P oder der Russell, mit Iron Condors gehandelt werden und zwar immer. Also wo man wirklich sehr weit entfernte Strikes aufsetzt, also hier diese beiden, diese zweite Variante, diese sogenannten High Probability Condors, sehr weit entfernte Strikes und die man dann auch fast ohne Adjustierungen durchlaufen lässt. Natürlich wird es immer mal wieder zu Extremtagen kommen, wo man dann Verluste macht oder extremen Monate, wo man Verluste macht. Langfristig betrachtet ist das aber eine sehr, sehr gute Trainingstrategie, mit der man gerade auch als Anfänger durchaus im Optionsbereich Geld verdienen kann. So, wir sehen uns wieder im nächsten Strategie-Video. Wenn ihr spezielle Strategien habt, wo ihr sagt, die haben wir noch gar nicht besprochen oder die interessieren mich ganz speziell, also wir haben noch ein paar Sachen in petto, keine Angst, aber wenn euch das interessiert, dann schreibt mir das hier unten in die Kommentare und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, euch viel Erfolg beim Handeln. Bis dahin, euch viel Erfolg beim Handeln.